Ja genau, jetzt ist es 10.30 Uhr. Hallo Stefan, grüß dich Mike. Wir sind von der Flugschule gemeinsam fliegen und in der Zeit jetzt, wo wir noch nicht raus können zum Fliegen, haben wir uns überlegt, dass wir ein paar Online-Angebote schalten für euch und heute haben wir zum zweiten Mal das Expertengespräch, also wir fragen einfach Leute, die sich auskennen in der Branche, interessante Persönlichkeiten zu interessanten Fragen und heute ist der Stefan Stiegler bei uns im virtuellen Studio. Stefan Stiegler ist Gleitschirm-Designer, Gleitschirm-Entwickler bei AirDesign. Jo, grüß euch. Nett, dass ich da sein darf. Freut mich. Und der Mike ist mit dabei in der Runde, später kommen vielleicht nochmal zwei dazu. Der Mike ist Testpilot bei AirDesign. Hallo Mike, schön, dass du dabei bist. Hallo, grüß euch. Gut, Mike, wegen der Performance dürfen wir dich vielleicht gerade videomäßig unterbrechen. Aber Fragen auch dahin sind möglich. Fragen auch zu Mike sind natürlich möglich, aber lassen wir uns mal anfangen mit dem Stefan. Ja, mal grundsätzlich die Frage, Stefan, wie ist eigentlich so dein Werdegang? Wie bist du eigentlich zum Gleitschirm-Entwickler geworden? Hast du mit fünf Jahren, als du noch in die Grundschule gegangen bist, schon gedacht, ich werde mal Gleitschirm-Entwickler? Oder hat sich das irgendwie anders ergeben? Naja, bin ja doch jetzt schon nicht mehr ganz der Jüngste. Also ich fliege schon seit über 30 Jahren. Und angefangen habe ich 1988 mit Gleitschirmfliegen. Also wie fünf Jahre alt war, da hat es noch lange keine Gleitschirme gegeben. Und ja, im Endeffekt hat sich bei mir eigentlich alles so, ja kann man sagen, ist mir nicht alles in den Schoß gefallen, aber es hat sich alles so entwickelt, wo ich jetzt gerade stehe. Also das eine ist zum anderen immer keiner. Natürlich muss man dann irgendwann gewisse Entscheidungen, Crossroads, die die Abzweigungen richtig wählen. Und ja, 1988 habe ich angefangen mit Gleitschirmfliegen. Da war mir so ein Klickchen mit so einer Busch im Dorf. Ein einer von uns ist schon geflogen. Und dann hat es geheißen, ja wir müssen jetzt alle fliegen anfangen, weil es so geil ist. Und dann bis soweit gewesen ist, war ich dann der Einzige, der wirklich angefangen hat. Weil alle anderen haben damals wirklich ziemlich arge Probleme gekriegt mit Beruf, Familie und so weiter. Weil damals war das wirklich, naja, Gleitschirmfliegen war jetzt wirklich, ja, schon was Extremes. Also im Vergleich zu heute, heutzutage und so einfach. Es hat noch keine Ausbildung richtig gegeben, keine Sicherheitsstandards, gar nichts. Es gab keine Protektoren, keine Rettungsschirmpflicht. Also auf Helm, ja, tja, ja, learning by doing war das mehr oder weniger. Und nichtsdestotrotz habe ich angefangen. Und war immer schon ein bisschen ein sturer Kopf. Also habe mir das eingebildet, habe das gemacht. Und habe dann gleich mal gesehen, ja, das kann ich relativ gut. Also angefangen haben, früher mit den alten Schirmen ist es eigentlich mehr ums Punktlanden gegangen. Mehr als mit den Fallschirmen, mehr oder weniger, wenn man es so sagen kann, nicht machen können. Also ist im Punktlanden gegangen, da war ich ganz gut, hat mir gedacht. Und dann sind die Schirme immer besser geworden, nur ist er am Style nicht gegangen. Jetzt haben wir halt, ja, Zeit, Ziel ist dann gegangen. Also wer länger oben bleibt, da war ich dann auch wieder nachgeguckt. Und dann hat man natürlich auch die ersten Clubmeisterschaften gehabt, wo es dann auch ein bisschen auch Strecke gegangen ist. Und dann habe ich gesehen, ja, das passt ganz gut. Und ja, bin dann eigentlich immer besser geworden, Schirm zu Schirm, das sind immer besser geworden. Und dann habe ich dann die Chance gekriegt, gleich einmal nach ein paar Jahren als Testpilot bei ProDesign anzufangen. Habe dann meinen Standardjob hingeschmissen, mehr oder weniger, kann man sagen. Also das war der erste Schritt ins, als Profi-Gleitschirm, wirklich als Testpilot angefangen. Und das war sozusagen, würde ich sagen, meine Lehrzeit bei ProDesign. Ich habe da natürlich viel gelernt, wie Schirm sich verhalten, was sie machen müssen, was wichtig ist. Auch nicht technisch, wie man Schirme ändert und so weiter. Also es ist ja nicht nur die Designarbeit, die dann später gekommen ist, sondern auch die Basics, wie ein Schirm zusammengelegt ist, wie er aufgebaut ist, was man ändern muss und so weiter. Und da wie eine E-Maschine zu handeln ist und wie man die Sachen halt weitermacht, ja. Und 1995 bin ich dann Weltmeister geworden in Japan. Und ja, da haben wir dann eigentlich aussuchen können, was ich jobmäßig dann mache. Bin von ProDesign weggegangen, habe bei UB dann angefangen. Grundsätzlich als Testpilot und Wettkampfpilot. Also habe dann wirklich auch, bin eigentlich das ganze Jahr unterwegs nunmehr gewesen, vor dem Wettbewerb zum anderen gegangen. Habe, ja, eine schöne Zeit gehabt, kann man sagen. Viele in der Gegend rumgekommen. Und dann ist bei UB ein bisschen so der Umbruch gewesen. Und der Konstrukteur damals hat dann gesagt, okay, geht weg. Und dann bin ich halt damals mit dem Thorsten Siegel, mit Zusammenheimer da gestanden. Ja, okay, dann probieren wir halt das konstruieren auch, ne. Habe jetzt hingeguckt, Profil ein bisschen, also nicht Profil, die Software eingelernt. Von der Praxis, die Erfahrung habe ich auch gehabt, wie er schon so quasi sein sollte. Und dann, im Endeffekt ist dann der zweite Teil sozusagen die Konstruktion dazu gekommen. Das war dann natürlich eigentlich eine perfekte Geschichte, weil wenn du jetzt nur Testpilot bist, siehst du nur die eine Seite her. Aber du siehst den ganzen Hintergrund, was im Design drinsteckt, nicht wirklich. Und das war dann eigentlich der richtige, der gute Schritt, weil man dann wirklich beide Seiten gesehen hat. Und natürlich dann direkt einen Einfluss nehmen hat können. Wenn du jetzt einfach immer einen Konstrukteur sagst, ah, der Schirm, der schießt immer, der schießt immer. Ja, er macht das anders, aber du weißt ja nie, was er genau jetzt da ändert. Und dann musst du einfach, wenn du jetzt wirklich selber Konstrukteur und Testpilot bist, kann man eigentlich sagen, ja, jetzt weißt du eigentlich, wer schuld ist, wenn der Schirm nicht funktioniert. Und dementsprechend macht es die Sache dann einfacher. Und ja, 2011 dann, bin ich dann mit Martin Goschner zusammen, haben wir den Erdesign gegründet. Und das haben wir eigentlich deswegen gemacht, weil wir mit dem Martin immer über die Jahre guten Kontakt gehabt haben. Haben wir von früher schon gekannt, vom Pro-Design her. Und wir haben uns eigentlich damals gedacht, dann wie wir anfangen mit der Erdesign. Ja, wir hätten eigentlich so viele Ideen und neue Ansätze, die wir eigentlich in den alten Firmen einfach als Angestellter nicht realisieren haben können. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen es einfach. Das kann eigentlich nicht schief gehen. Wir probieren es eigentlich. Wir machen ein seriöses Konzept, das Marketingtechnische, von der Firma her, vom Geschäftsmodell her und von der Schirme her wissen wir eh, was wir wollen. Also haben wir da angefangen und so hat sich das dann eigentlich, ja, so hat das angefangen und entwickelt. Und ja, deswegen sind wir jetzt da. Super. Gut. Ja, das läuft ja auch ganz erfolgreich bei euch. Von außen gesehen sagen viele noch, ihr seid nur eine kleine Marke, weil ihr noch nicht so aufstretet wie manche anderen. Aber die Produkte, die sprechen für sich. Also wir haben die ja auch in der Flugschule und nicht nur deshalb, weil wir die günstig verkaufen können oder eine gute Marge haben, sondern wir haben die hauptsächlich deshalb, weil wir dahinter stehen, weil das einfach super Produkte sind. Ja, du hast vorhin gesprochen von Ideen, die ihr so hattet. Was war denn das konkret? Was war da anders als bei den anderen? Nun, ich sage, neue Firma, also jedes Jahr 2011 gegründet. Mittlerweile jetzt dann auch zehn Jahre voll. Das heißt, die Firma mag jetzt jung sein, aber der Martin und ich, wir haben natürlich, ja, wirklich 30 Jahre Erfahrung im Gleitschirmsport. Also böse gesagt könnte man jetzt sagen, alte Leute, neue Firma, nicht? Aber nein, wir sind nach wie vor motiviert. Wir machen das ja wirklich aus der Motivation, außer weil man das ja selber macht. Und ich glaube, das macht da den Erfolg von Erde sein aus. Ein typisches Beispiel ist zum Beispiel die Susi. Da ist ja wirklich darum gegangen, ich wollte mir selber einen Schirm bauen, der klein ist, leicht ist, für High-and-Fly und eine gute Leistung hat. Und jetzt in der dritten Generation, die Susi ist ja wirklich ein All-Round-High-and-Fly-Schirm geworden, der wirklich alles abdeckt. Vom Low-Level-High-and-Fly-Schirm bis hin zum extrem toller Mittenmann, je nach Zuladung. Also das ist immer ein riesen Einsatzzweck. Und das ist eigentlich ein typisches Beispiel, wo wir sehen, okay, wir stehen hinter den Produkten und wir bauen die ja zum Teil auch für uns selber auch. Also wir fliegen die selber auch und sind überzeugt, so will man die Schirme haben. Und so funktionieren sie auch. Und das gehen wir natürlich dann auch weiter. Dass das natürlich auch dann ein Geschäft ist, ist dann wirklich der Side-Effekt. Aber ich glaube, das ist einfach der Weg zum Erfolg, wo man einfach sagt, okay, die Sache, hinter der du selber stehst und die du dann auch wirklich, ja, wo man merkt, okay, da steckt das ganze Herzblut drin und das versucht man dann auch dementsprechend zu entwickeln und man versucht das dann so zu machen, dass man selber damit zufrieden ist und dass ein gutes Produkt rauskommt und alles andere ist dann wirklich, ja, kommt von von selber. Und es ist nicht nur die Susi, das sind natürlich, das geht durch die ganze Palette bei uns dann durch. Vom Easy, Anfängerschirm, Intermediate und so weiter. Und ich glaube, da kannst du selber, du hast ja alle, du fliegst die Schirme ja selber, was auch wichtig ist, und testest und gibst dein Feedback drüber. Und ich glaube, du merkst dann selber auch, dass bei den Erdesign-Schirmen ist eine gewisse Philosophie hinter jedem Schirm und man kann dann problemlos von einem zum anderen aufsteigen, umsteigen, oben steigen oder auch in andere, nicht nur Kategories, sondern Eignung von einem Schirm, Spezialschirm oder so umsteigen. Man hat immer das Gefühl, okay, man hängt unter dem Erdesign-Schirm. Und ich glaube, das macht es auch aus bei Erdesign, dass wir da auch viel Augenmerk auf die Eigenschaften, Flug-Eigenschaften vom Schirm legen. Ja, auf die Philosophie kommen wir vielleicht später mal noch zu sprechen. Was mich jetzt interessieren würde, du hast gerade davon gesprochen, ja, jetzt habt ihr die Idee, ihr wollt so einen Schirm bauen, den Susi zum Beispiel oder den Reis oder irgendwas anderes. Wie läuft denn das konkret ab? Also von der Idee bis das Ding nachher in der Werkstatt oder in der Produktion in Serie geht? Ja, das ist eigentlich relativ eine lange Prozedur, kann man sagen. Nun, jetzt nach zehn Jahren ist es nicht so, dass man dann sagt, okay, man baut einen Schirm von Grund auf neu. Das kann natürlich auch manchmal sein, wenn man ganz was Spezielles wieder baut. Das ist wirklich, wenn man sagt, okay, zurück zu den Basics und baut einen Schirm, ein Konzept komplett neu auf eine komplett neue Idee. Aber meistens ist es so, du hast ja einen Vorgänger oder ein anderes Modell und du hast da viele Ideen und Neuerungen eingebaut und die gehen dann einfach in eine andere Kategorie über. Also der nächste Schirm ist mehr oder weniger Evolution, was jetzt auch nicht, kann eine gleichzeitige Revolution sein, ist ganz klar, wenn neue Ideen wieder eingebaut werden. Aber deswegen hat zum Beispiel der Nachfolger wieder ähnliche Zellsaal, ähnliche Streckungen und so weiter. Nur im Detail dann spielt sich dann im Schirm relativ viel ab. Also der Schirm heutzutage, ja, also wir arbeiten viel an der Kappe selber, im Schirm drinnen, in die ganzen Einzelteile, die miteinander quasi zusammenarbeiten müssen, um in Summe die richtigen Eigenschaften, Flugcharakter dann auszubringen. Also früher in den Anfängen, da hat man halt eine Kappe gehabt, dann hat man angefangen die Leinen zu trimmen und im Endeffekt hat man den Schirm halt dann so hinvergewaltigt, dass er halt funktioniert hat. Im besten Kompromiss für alle Sachen, die man halt so braucht. Und mittlerweile hast du eben die Theorie und die Praxis sozusagen, das ist die Konstruktion und die Praxis, wie der Schirm in der Luft dann steht wirklich. Und da findet einfach immer ständiger Abgleich statt. Ein Prototyp wird gebaut, wird ausprobiert, geflogen und dann funktioniert der jetzt vielleicht nicht so, wie man sich das gedacht hat oder der macht genau das Gegenteil, was jetzt, ja, manchmal logisch, manchmal unlogisch ist. Und dann versucht man halt herauszufinden, wieso macht er gewisse Sachen, was verformt sich jetzt in der Praxis, weil das jetzt nicht so ist oder eben genau so ist. Also macht man das jetzt auch Bestätigung, macht man das einfach auch, ja, eine Ursachenssuche. Also ich kann schon sagen, während der Entwicklung, ja, so 75 bis 80, 90 Prozent der Zeit funktioniert nichts, ne. Das ist eine Spendung. Ich wollte gerade fragen, wie ist das so prozentual? Wie viel macht ihr am Schreibtisch, Ideen entwickeln, konstruieren? Und wie viel an der Zeit funktioniert dann eigentlich in der Praxis? Ja, das ist relativ schwer zu sagen, also typischer Tag läuft dann meistens so, ob in der Früh oder am Vortag legen wir dann schon fest, okay, was machen wir am nächsten Tag. Meistens macht man irgendeine Änderung, einen Prototypen, irgendeine Spannung oder sonst was, wird modifiziert am Schirm, man geht raus, fliegen, macht einen Testflug, ein, zwei, drei, manchmal kann es auch passieren, macht einen Testflug und sieht, oh, das haut einmal gar nicht hin, dann fährt man gleich wieder heim zu der Nähmaschine und nicht wieder um oder geht nachmittags wieder fliegen oder am nächsten Tag, gell. Also es ist immer so ein Kreislauf, kann man sagen. Und wie vorher eben gesagt, man versucht dann halt die Änderungen, die man am Schirm macht, in der Praxis einfach zu bestätigen oder die Ursachen auch zu finden oder eben neue Erfahrungen zu gewinnen aus einem gewissen Design. Und das geht dann wieder zurück ins Design, am Computer, in die Konstruktion. Und das geht dann halt eben so lange hin und her, bis sich beide Welten sozusagen dann so gut wie möglich abgleichen, treffen. Also das Idealfall ist einfach dann, du machst dann das Design am Computer, gehst raus fliegen und das funktioniert. Und so hast du dann eigentlich das Optimum. Also der Schirm fliegt dann am besten, komme eigentlich so. Im Durchschnitt, wie viel braucht es, wie viel Konstruktion, bis er sagt, jetzt haben wir den Schirm so, wie wir den haben wollten, wie die Idee war, oder ist es noch besser geworden? Wie viel mal habt ihr konstruiert und umgenäht und umgebaut? Das ist relativ verschieden. Ja, das hängt natürlich jetzt auch von der Kategorie ab. Also durchschnittlich sagen wir mal, also ein Jahr Entwicklungszeitbroschüre. Es gibt dann schon wieder Ausreißer, die mal ganz schnell wieder gehen. Oder es gibt auch Ausreißer, wo man teilweise seit drei Jahren dran passt. Und es ist nicht gesagt, dass es nicht funktioniert, aber es ist auch gleichzeitig, man hat ja einen Anspruch und man sagt, nein, ich bin da jetzt noch nicht zufrieden. Und das muss jetzt da anders werden. Man könnte es zwar zulassen und es wird fliegen, so wie es soll, aber ich bin nicht zufrieden. Also man hat da schon einen Anspruch auch. Und habe ich schon ausgehört, wie höher klassifiziert, desto mehr Testversionen müsst ihr machen? Nein, das ist eigentlich ganz unabhängig davon. Natürlich bei den Hochleisten schaut man dann mehr Richtung Leistung und Handling. Und beim A-Schirm geht es natürlich dann, ja, da hast du dann null Spielraum im Punkt der Sicherheit. Trotzdem sollen dann natürlich die anderen Sachen auch funktionieren. Das heißt, ein A-Schirm ist eigentlich fast schon das Schwierigste, weil du einfach keinen Spielraum hast, gell? Weil das muss wirklich alles im grünen Bereich sein. Und der Schirm soll ja noch Spaß machen, gut gehen und alle Eigenschaften praktisch wie sicherheitstechnisch haben. Und gleichzeitig hast du beim A-Schirm noch die geringsten Konstruktionsmöglichkeiten, weil er wenig Zellen hat und wenig Innenleben. Das heißt, ich habe da eigentlich am wenigsten, wenig Möglichkeiten ins Design einzugreifen. Also die ganzen Verformungen, du hast wenig Zellen, das heißt, du hast mehr Ballonen, der Schirm verformt sich mehr beim Fliegen. Und also das dann wieder abzugleichen, ist ungemein schwieriger, als wenn ich jetzt einen Schirm habe mit 100 Zellen, wo einfach viel mehr Profiltreie da ist. Alles, was ich im Design rein tue, habe ich wirklich, kann ich uns viel besser umlegen, weil du es einfach, wie gesagt, mehr Profiltreie hast. Und du kannst es besser steuern, weil genau das, was du änderst, kommt dann da in der Praxis mehr aus. Beim Anfängerschirm mit den riesigen Zellen und so weiter, ist das viel schwieriger. Und ich habe viel weniger Möglichkeiten, da einzugreifen. Unter Umständen ist der A-Schirm eigentlich das schwerere Design als ein Hochleister, von dem her. Deswegen kann es auch sein, dass der A-Schirm vor der Entwicklungszeit noch viel länger dauert als ein Hochleister zum Beispiel. Okay, danke, wusste ich nicht. Ja, jetzt ist ja da so eine neue Tendenz, sind High-A-Schirme viele Zellen. Ist das daraus entstanden, weil es einfacher zu konstruieren ist oder hat das am Ende dann doch auch Vorteile für den Kunden? Ich meine, natürlich sind die Konstruktionen aufwendiger und teurer. Braucht der Flugschüler denn überhaupt die Performance von so einem High-A-Schirm oder was hältst du von dieser Tendenz? Werdet ihr da demnächst auch mitmachen? Ja, ich kann jetzt da nicht für andere Hersteller sprechen, wieso man das macht oder nicht. Aber ich bin grundsätzlich der Meinung, für uns ist Leistung mehr oder weniger ein Understatement. Also alle Schirme, die wir haben, die haben eine Top-Leistung. Also ich habe gleichzeitig bewiesen, dass man nicht mehr Zellen braucht, um mehr Leistung zu machen. So gesehen, ist das jetzt vielleicht wieder eine Nische im Markt, wo man einfach wieder einen neuen Markt generieren will. So irgendwas zwischen reinsetzen, wobei man es eh eigentlich schon hat. Und ob das jetzt wirklich nötig ist, weiß man nicht. Wir wollen mal schauen, wie es dann in zwei, drei Jahren ausschaut. Also wir haben eigentlich eine gute Range, die eigentlich schön, richtig schön aufbaut von unten nach oben. Und ich sehe jetzt zur Zeit da kommen, Bedürfnis, da irgendeinen Schirm dazwischen rein zu zwängen, weil da hat auch keiner mehr Platz im Endeffekt. Ja, wenn wir gerade noch bei den Konstruktionsdetails sind, du hast auch vorhin von relativ wenig Zellen gesprochen, bei den A-Flügeln. Ihr habt ja sowieso grundsätzlich, sagen wir im Vergleich zur Konkurrenz, tendenziell ein paar weniger Zellen und vor allen Dingen habt ihr auch kurze Stäbchen immer und nicht diese langen Stäbchen von vorne bis hinten. Warum geht ihr diesen doch recht eigenen Weg? Man findet jetzt im High-B-Bereich und vor allem im C-Bereich vor allen Dingen diese Vollstäbchen, Flügel mit den unglaublich vielen Zellen. Warum macht ihr das anders? Ja, ich glaube, irgendjemand hat einmal einen weisen Spruch gemacht, er hat das beste Design, wenn du nichts mehr entfernen kannst und es trotzdem funktioniert. Also ich versuche immer, die Sachen so einfach wie möglich zu halten. Es ist ja auch, wir müssen ja in Punkterkonstruktion, Produktion, Effektivität natürlich auch die Wege begehen und da kannst du einfach einen unglaublich teuren und aufwendigen Schirm machen und dann den einfach billig verkaufen. Es würde jetzt firmentechnisch wirtschaftlich keinen Sinn machen, einmal abgesehen davon. Andererseits, jetzt weniger oder mehr zählen, die Thematik ist natürlich recht interessant. Natürlich ist es einfacher, mehr Zellen an einem Schirm einzubauen, desto einfacher ist für mich die Konstruktion, um die Leistung und alles hinzubringen, weil ich weniger Verformung habe und so weiter. Nichtsdestotrotz ist es auch möglich, mit wenigen Zellen die gleiche Leistung auszubringen. Es ist nur halt ein bisschen schwieriger. Also vielleicht macht man es sich mit mehr Zellen einfacher und mit weniger Zellen geht es natürlich auch, aber es ist halt ein bisschen schwieriger. Und ich glaube, da spielt auch bei uns bei EDS ein bisschen unsere eigene Motivation mit. Eine, weil wir einfach sagen, wir gehen ja gerne am Berg, wir versuchen die Sachen einfach und leicht zu halten und dementsprechend versuche ich auch die Konstruktion einfach zu halten. Nichtsdestotrotz, die Leistung haben wir, die ist da, also da brauchen wir es nicht verstecken. Da kannst du jeden Schirm mit uns, mit anderen Konkurrenzprodukten vergleichen. Da will ich nicht drauf eingehen, wo andere Leute sich, andere Firmen sich nur auf Leistung, Leistung versteifen, sagen wir einfach, weil wir haben es eh was, wo will ich es jetzt so lange aufhängen. Aber wie gesagt, ich will es halt alles einfach halten. Weniger Zellen hast du halt einfach, es bleibt leichter, die Schirme. Wir müssen jetzt extrem leichte Materialien verwenden, um dann wirklich leicht zu werden. Das macht die Sache dann im Leichtbereich natürlich ein bisschen einfacher. Also das ist einfach, das Gesamtpaket muss man dann sehen. Super. Okay. Stefan, mir fällt noch was auf, angenehm bei euch. Eure kleinen Schirme funktionieren gut für unsere kleinen Frauen, leichten Frauen. Die haben eine ganz gute Leistung, was das Gleiten angeht, gegen den Wind. Also unterscheiden sich oft nicht sehr groß zu den großen, größeren Schirmen. Und auch das Extremflugverhalten wird nicht besonders speziell viel schlechter als bei den größeren Schirmen. Macht ihr da was speziell? Ergibt sich das zufällig? Habt ihr da ein besonderes Augenmerk auf die kleinen Schirme? Nun, ich glaube, der Grund dafür ist schon, dass meine Schirme grundsätzlich ein gutes Sicherheitspotenzial haben. Also wenn du jetzt in der, wir fangen ja an, die erste Größe zu konstruieren, ist meistens die SSM-Größe, weil es vom Gewicht her natürlich die meiste Größe ist und wir auch selber vom Gewicht her genau dort liegen. Und wir sehen dann schon vom ersten Größe her, okay, wir liegen jetzt im Sicherheits-, also von den Flugmanöver und Extremflugbereich. Also jetzt nicht nur die Zulassungsmanöver, wir testen ja über die Manöver hinaus noch viel mehr praktische Flugmanöver hinaus. Also wir sehen dann schon, wie sicher der Schirm ist, abgesehen von der Zulassung selber. Und dementsprechend kann man dann schon drauf schließen, wie klein man den Schirm machen kann. Und wir haben schon bei, sagen wir mal, durch die Bankrolle Schirme von allen Kategorien haben wir ein sehr breites Sicherheitsspektrum. Und das macht es eigentlich erst möglich, dass wir also klonen die Schirme machen können. Und die Schirme werden dann halt, also die werden nicht eins zu eins runterskaliert laut Flächenbelastung. Also da werden schon leichte Modifikationen gemacht im Sinne von der Flächenbelastung zur Fläche. Und das hat sich halt über die Jahre entwickelt und das funktioniert einfach. und interessanterweise, ja, es funktioniert sehr gut, jetzt auch, wie du selber sagst, jetzt XXS-Bereich im Vergleich zu S oder M, die Leistung oder so, da ist nicht so viel um. Ja, das funktioniert einfach. Und, ja, ich habe damals eine Freundin gehabt, die sehr leicht war und die hat natürlich die Probleme gehabt, dass es keine kleinen Schirme gibt, die, ja, gut fliegen. Also wirklich fliegen, das ist meistens so, ja, die leichten Piloten, Pilotinnen, sind einfach so in der Luft um und um gestanden. Es hat schon auch Schirme gegeben, die halt eine geringe Zulassung gehabt haben, aber halt nur am Papier von der Untergrenze her, aber von der Fläche nicht. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, jetzt probieren wir das einfach einmal aus. Und haben einfach geschaut, wie klein kann man die Schirme einfach machen. Und es geht ja dann nicht nur ums Kleinmachen, sondern man muss sie auch fliegen und testen und probieren, gell. Und das ist dann natürlich das nächste Problem, da brauchst du dann auch wirklich einen leichten Testpiloten. Und jemand, der den Schirm dann fliegt und dann schaut, okay, wie schnell fliegt er denn jetzt überhaupt mit 50 Kilo werden. Und das hat sich dann wirklich alles sehr gut entwickelt. Und wir haben gesehen, das funktioniert und wir haben da wirklich fast ein Alleinstellungsmerkmal am Markt. Und das macht man jetzt mehr oder weniger bei allen Schirmen, wo es möglich ist. Bei den Hochleistungen mit höherer Streckung wird es dann ein bisschen schwieriger, weil dann fällt dir dann irgendwann der Steuerweg. Deswegen gibt es auch beim C-Schirm kein XXS zum Beispiel. Ist aber nicht ausgeschlossen, dass es vielleicht eine Zukunft noch gibt. Das hängt jetzt natürlich von der Entwicklung, wie die nächsten Schirme sich so entwickeln. Aber bei allen anderen Schirmen sind wir da wirklich an einem sehr guten Tag. Und die Schirme, wenn man sich auf der Fläche anschaut, sind da wirklich sehr kleine Schirme. Und die ganze Erfahrung, die geht natürlich von jedem Konzept, jeden Schirm, jeder Kategorie von einem zum anderen Schirm geht es über und wird implementiert und quasi wieder verfeinert. Deswegen entwickelt sich das nach wie vor. Und auch die klonen Schirme werden laufen immer noch wieder besser. Also wir haben zum Beispiel bei der Susi, die 13er ist natürlich ein extremes Ding. Oder wenn man jetzt zur 16er geht. Es ist schon lustig, wie klonende Schirme mittlerweile funktionieren, jetzt auch im Rahmen von der Zulassung. Das wäre vor ein paar Jahren eigentlich noch nicht möglich gewesen. Hätte man selber auch gar nicht gedacht. Das war am Anfang gar nicht geplant bei der Susi 1 zum Beispiel. Man dachte, das interessiert mich jetzt nicht, das geht nicht. Bis wir dann haben, wir da mal angefangen zu testen und sagen, ja, könnte vielleicht doch gehen. Dann die zweite Generation, jetzt schauen wir mal auf den Steuerweg und die anderen Eigenschaften. Ja, es entwickelt sich. Es wird immer besser. Gut, darf ich noch die zweite Frage stellen? natürlich. Und zwar, bei den kleinen Schirmen hält sich ja so hartnäckig das Gerücht, dass die hochbeladen, die Klapper viel gefährlicher sein als weniger stark beladen. Wenn wir die Testberichte eurer Schirme sehen, dann stimmt das bei kleinen Schirmen häufig nicht. Da wird der Klapper beschleunigt und unbeschleunigt oft weniger schwer bewertet, wenn der Schirm hochbeladen fliegt, als wenn er niedrig beladen fliegt. A, woran liegt es? Und B, ist das andere immer nur ein Gerücht, dass wir kleine Pilotinnen möglichst unter große Schirme hängen sollen? Nun, sagen wir mal so, ich kann jetzt auch wieder nur für E-Design reden. Andere Hersteller kann ich das jetzt nicht sagen. Bei uns ist es wirklich so, die kleinen Schirme, die verhalten sich genauso wie die großen, jetzt auch von Sicherheit her. Also, ich teste die XXS-Schirme dann auch selber, habe dann eine super leichte Ausrüstung, komme trotzdem, bin trotzdem dann teilweise 10, 15 Kilo überladen und die funktionieren trotz der Überladung nach wie vor noch. Und, wie gesagt, das kommt halt davon, dass wir wirklich einen sehr großen Sicherheitsbereich haben, einen grünen, großen grünen Bereich, von der ersten Größe bis zur grünen Größe. Und, wie gesagt, die kleinen Schirme sind ja nicht eins zu eins runterskaliert, sondern ich habe da eine gewisse Adaption drin, um eben das zu vermeiden, dass grünen Schirme aggressiver werden. Das heißt, dann würde ja gleichzeitig bedeuten, dass große Schirme hauptloser werden. Also, ich habe da schon eine gewisse Anpassung im Design drin, die das kompensiert, ohne eben Nachteile in der Performance oder Leistung zu kriegen. es wäre dann auch das gleiche, wenn du jetzt einen klünen Schirm wirklich eins zu eins runternehmen würdest, mit der gleichen Zuladung wie zum Beispiel ein großer Schirm, die würden wirklich zu aggressiv werden und zu schnell werden zum Beispiel auch. Das passt nicht so ganz hundertprozentig eins zu eins zusammen. Also, es gibt da schon leichte Anpassungen. Die sieht man jetzt auf dem technischen Datenblatt nicht, aber ich habe die in meiner Formel irgendwie über Jahre quasi mir zurechtgelegt. und aufgrund dessen eben ist es schon so, wie ich das Testprotokoll dann auch sage. Also, Testprotokoll unabhängig davon, ich sage, es sagt nie eins zu eins hundertprozentig kann man sagen die Wahrheit ausmachen. Was du ausreißt oder sagt, oh, wieso ist jetzt die Größe, hat das da ein B und die andere hat ein A. Ich sage, ist nicht zwingend der Fall. Ich sage einfach praktisch gesehen, die Schirme praktisch gesehen verhalten sich gleich. Da steht das gleiche Gefühl drunter vom Steuerwerk, vom Handling her, aber dann kloppert sich von der Aggressivität her und das macht das aus. Das ist alles sehr identisch, unabhängig von der Größe. Aber nicht selbstverständlich, ich will es jetzt nochmal sagen, das ist schön bei den kleinen Schirmen. Nein, nein, ich sage, wir haben jetzt da wirklich das Gedanken drüber gemacht und das hat sich schon über die Jahre so entwickelt. Also, früher war das natürlich schon auch so, wenn man da jetzt runterskaliert hat, du hast gesehen, okay, kleiner geht nicht mehr, das wäre zu giftig, zu aggressiv. Das ist eben allgemein so die Meinung, das ist ja klar, aber wenn man sich damit befasst und das dann ein bisschen verfeinert und es eben anpasst, dann sieht man sehr wohl, dass es möglich ist und dass wir auch kleine Schirme bauen können, die funktionieren und da die Steuerwege haben und alles, also das alles wirklich funktioniert, ohne eben eine Leistungseinpuste oder Handlingseinpuste oder sonst was zu machen. Also man hat ja wirklich dann auch beim kleinen, wirklich einen netten, feinen Schirm, nur halt mit weniger Zuladen. Das ist das Ziel, ja. Super, genau das ist das Ziel. Ja, was mir auffällt, wenn wir gerade beim Thema kleine Schirme sind, ist, dass eure Flügel überhaupt klein gut fliegen. Also jetzt, ich zum Beispiel bin ja eigentlich so ein Pilot, Pilot im mittleren Gewichtsbereich, so die klassischen 80 Kilo und ich fliege aber viel lieber den S als den M-Flügel, weil das einfach vom Handling her schöner ist, weil der ein bisschen schneller ist, weil ich da agiler in der Luft unterwegs bin und trotzdem fehlt mir nichts an Steigen. Also es gibt ja dieses alte Gerücht, Schirme müssen groß sein, damit sie in schwacher Thermik gut steigen. Das kann ich jetzt überhaupt nicht beobachten, dass da irgendwas fehlt. Woran liegt denn das? Also ist das Vorurteil grundsätzlich verkehrt oder ist das auch ein bisschen speziell, eher Design, dass auch die kleinen Größen oder anders gesagt die hohen Flächenbelastungen trotzdem gut steigen? Ja, ich sage, das Steigen selber kommt jetzt ja nicht nur von der Fläche. Es ist natürlich einfach, einen großen Schirm zu fliegen, damit du besser steigst. Das ist klar, wie mehr Fläche macht mehr Auftrieb, das ist ganz logisch. Aber du hast ja noch wirklich einen zweiten, großen Aspekt im Gleitschirm, das ist das Profil, das ist auch den Aufstrieb erzeugt. Und ich habe sehr viel, ich probiere da relativ viel aus am Profil, um eben die Leistung und den Auftrieb quasi wirklich optimal auszubalancieren. Das heißt, du musst jetzt nicht unbedingt, du kannst natürlich über ein Profil, über einen Auftrieb, natürlich auch den Auftrieb steuern, wie auch mit der Fläche. Also beim Tundent, beim Ride, haben wir da ein ganz neues Profil eben gemacht. Das ist wirklich, weil eben beim Tandem du eine ganz andere Zweckeignung hast. Also du, ich habe versucht, die Sache ein bisschen anders auszutarieren, dass du sagst, okay, ich erzeuge jetzt mehr Auftrieb über das Profil als über die Fläche. Also ich habe versucht, den Punkt, wo man sagt, okay, ich brauche einen Schirm, der gut startet, den ich gut weghebe und so weiter, ist für einen Tandem wichtig. Aber andererseits, wenn die Fläche zu groß wird, hast du wieder Nachteile, wie zum Beispiel dann mit Leichtpiloten oder wenn der Wind stärker wird. Dann habe ich mir gedacht, okay, das kann man doch vielleicht ein bisschen anders auch machen. Also vielleicht kann ich den Auftrieb jetzt weniger, ein bisschen von der Fläche zum Profil schieben. Normalerweise hast du auch mehr Auftrieb, mehr Widerstand und das heißt, du hättest dann Erleichterungseinbuße, aber wir haben das da recht gut hingebracht. Also da hat nämlich trotzdem sehr leistungsstauch und hat ein bisschen eine kompaktere Fläche und ich habe das trotzdem geschafft, im Gesamten die ganzen Vorteile rauszuziehen und aber keine Nachteile dürfen zu haben. Also jetzt sind wir da. Aber das war wieder so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, ja, jetzt wenn ich mir selber ein Tandem bauen würde, ich möchte mich nicht an einen ohne 40 Quadratmeter Tandem zugehängen. Ja, weil ich selber 70 Kilo habe, aber ein S-Tandem ist halt so gängig am Markt ist, wären wir jetzt eigentlich zu klein. Ja, okay, wieso baue ich mir jetzt nicht eine Größe, die halt genau meine Größe ist, aber dann haben die anderen Piloten, die ja für das Gewerbe helfen liegen, ja, wie dann noch da, weil es nicht so große Passagiere zuladen können. Ja, okay, dann brauche ich halt einen Schirm mit mehr Auftrieb. Et voilà, das ist der Reiht 3. Macht mehr Auftrieb über das Profil, die Fläche haben wir kompakter gehalten, hast die Vorteile eben bei geringer Zuladung, dass der Schirm weniger Geschwindigkeit verliert und trotzdem effektiv auf die Trimma ist. Das Handling bleibt gleichzeitig, wenn du viel zuladest, erzeugt das Profil nach wie vor noch den Auftrieb, das heißt, du kannst mit einer kompakteren Fläche noch viel schwere Passagiere dazu laden und kannst auch keine Nachteile. Gut, klingt plausibel. Was noch ein Einfluss ist, natürlich auch die Krümmung vom Schirm. Es geht ja dann eigentlich mehr um die projizierte Fläche, nicht die ausgeliebte Fläche. Das heißt, Schirme, die eine hohe Krümmung haben, haben weniger projizierte Fläche und dann natürlich kannst du dann ein bisschen weniger Auftrieb. Also je flacher der Schirm ist, ist auch das Verhältnis von flach zu projizierter Fläche. Ja, also man kann nicht unbedingt, wie du sagst, große Schirme steigen gut. Ich kenne auch große Schirme, die nicht gut steigen, aber grundsätzlich kann man es sagen, aber ich sage, die Sache liegt dann schon im Detail vom ganzen Konzept. Wenn wir gerade bei Details vom ganzen Konzept sind, ich bin vor kurzem zum ersten Mal euren Reis 4 geflogen und will den gar nicht mehr hergeben. Erzähl doch mal ein bisschen, was da so drinsteckt im konkreten Detail. der scheint ja doch wirklich mehr als nur eine kleine Evolution zum Dreier zu sein, der ja auch schon gut war. Ja, der Dreier ist nach wie vor ein guter Schirm und hat viele glückliche Piloten, sozusagen. Und beim Viererreis, wenn man das jetzt von der Konstruktion her sieht, natürlich baut man dann wieder die ganze Evolution ein, indem man von den anderen Konzepten, von den anderen Schirmen, den man in der Zwischenzeit gemacht hat, in den letzten zwei, drei Jahre, das baut man dann wieder ein, also das ist eine Evolution sozusagen, kann man dann im Detail noch durchgehen, was wir da alles geändert haben. Und man eigentlich, man hat dann nie so viel Erwartung, wenn man dann den ersten Prototypen kriegt, weil du siehst das im Design und siehst dann, okay, da haben wir das und das optimiert, theoretisch sollte es so und so viel besser gehen. Und dann fliegt ich den Schirm halt fliegen und denkst du halt, ja, okay, schauen wir halt einmal, beim ersten Prototypen werden wir da jetzt einen riesigen Sprung machen. Und dann bin ich über den Schirm das erste Mal geflogen und ich habe das Gefühl, das schaut ganz gut aus. Und deswegen haben wir ja auch gesagt, der Wow-Effekt, das war dann wirklich so, der Mike, den Testpilot, hat auch geflogen, wow, geil, und dann den nächsten fliegen lassen und hat gesagt, der Schirm ist echt geil. Und ich glaube, der geht gut, jetzt müssen wir mal Vergleichsfliegen anfangen. Dann sind wir ganz verblüfft gewesen selber, dass der Schirm jetzt so viel besser geht, als eigentlich der Vorgänger. Also ich weiß, man sollte es normal nicht sagen, dass der Alte schlecht geht oder was, der Alte ist gut gegangen. Aber der Neue geht es wirklich nochmal um ein Haus besser. Und das war wirklich dann eigentlich verblüffend und als Konstrukteur dann selber wieder so eine Sache gemacht. Ha, cool, geil, das ist eine coole Motivation, weil man sieht, okay, was wieder alles möglich ist. Also ich kann einmal sagen, was zum Beispiel so ein Schirm alles so an Teile hat. So, Bildschirm freigeben. Zum Beispiel, ja, also der Aufwand hinter dem Schirm steht, der Mike hat sich da einmal die Arbeit gemacht, einmal zu zählen, wie viele Teile in den Schirm verbaut sind. Und man reißt vier, da besteht die Kappe alleine erst 1000, über 1900 teilen, gell, kann man die Drohigote, Griffe und so weiter, oder zum Beispiel sind da 2700 Meter Faden vernäht, oder die ganzen Leinen und die Spleiß und alles ist im Endeffekt Handarbeit. Also sieht man erst einmal, was da für Arbeit drin steckt, gell, Mike, kann ich dich vielleicht mal ansprechen, der Stefan hat gerade schon gesagt, ja, du bist denen geflogen und ist gleich mal gesagt, oh, aha, wir haben vorhin schon mal ein bisschen geplaudert, als wir noch nicht online waren, wie sieht denn so dein Alltag aus, was machst du da so Erfahrungen bei der Testfliegerei? Ja, bei mir, jetzt möchte ich mal schauen, das Bild, ja, bei mir schaut es einfach so aus, wie ich, wie der Stefan schon gesagt hat, wir machen uns meistens immer abends, in den Abend vorher schon einen Plan, da wissen wir das dann über WhatsApp oder was auch immer, schreiben wir eine Nachricht und ist ganz unterschiedlich, oft tue ich morgens noch E-Mails beantworten, weil ich doch auch die eine oder andere Frage bekomme oder auch einfach technische Fragen weitergeleitet bekomme. Ja, und dann treffen wir uns meistens, ja, logischerweise zum Fliegen, probieren dann die Prototypen aus oder es sind halt, wenn wir vom Vortag, weil irgendwann macht man ja Feierabend und wir wissen, wir haben das und das zu ändern, dann sitze ich halt entweder bei mir oder beim Stefan in der Werkstatt an der Nähmaschine und dann führen wir die Änderungen durch, bevor wir fliegen gehen, weil, wie soll man sagen, vor dem Fliegen ist nach dem Fliegen und nach dem Fliegen ist vor dem Fliegen sozusagen. Ja, ja, ja und wie ist es so jetzt, du fliegst so einen Schirm und dann stellst du fest, wow, ja zum Beispiel oder irgendwas stimmt nicht. An was machst du das so fest? Ich meine, man hat ja nicht jeden Tag die gleichen Bedingungen oder auf was kommt es da an? Ziehst du dann da 50 Klapper oder schaust, wie der gleitet oder wie in die Kurve geht oder was sind da so die speziellen Kriterien oder was war es beim Reis 4 zum Beispiel, dass du gesagt hast oder dass der Alex sagt hat, da ist jetzt irgendwas doch irgendwie gut. Ja, beim Reis 4, also die Sache ist, du musst auf alles achten. Wir sind jetzt ja nicht die Zulassungsstelle, die Zulassungsstelle, die nimmt den Schirm, fliegt die Manöver, es sind 24 Stück in der Zulassung, die geflogen werden müssen. Die fliegen, entweder die passen oder die passen nicht in die Kategorie und das für die fertig. Bei uns ist ja anders, wir müssen ja auf alles achten. Wir entscheiden, wie das Handling ist, ob das Handling träge ist, ob das Handling agil ist, da kommt ja viel, viel mehr dazu, wie nur die Klapper ziehen und das ist, das fängt bei mir schon an, ich achte darauf, wie der Schirm startet, das ist schon das allererste, ich achte darauf, wie der Tragegurt zu handeln ist. Es ist jeden Tag anders und je nachdem, was für ein Proto in welchem Stadium wir schon sind. Bei so einem Erstflug vom Reis, da war halt auch einfach mal drauf geachtet, wie startet das Ding, dann rausgeflogen und ich fange halt immer an, ich mache so Kleinigkeiten, ich beobachte erstmal den Schirm, weil du hast hier so ein Stück, wo du rausgleitest, wie ich sage, immer in die Box, wie beim Akrofliegen, einfach in so einen sicheren Bereich, wo wir reinfliegen, am besten über dem See und da beobachte ich den Schirm, was macht er, rollt er, nickt er, macht er irgendwo welche Falten, wo eine Spannung nicht stimmt, macht zwischendurch ein paar Fotos und dann fange ich meistens an, ich mache so ein bisschen Stabilitätskontrollen, ich lege mal die Ohren an, weil man kann das Ganze sicher betreiben oder man kann es halt übertreiben direkt, also ich kann natürlich rausfliegen, vollbeschleunigt gleich eine Klappe machen und mich an der Rettung da irgendwo um einen Platz suchen oder ich mache halt das gewissenhaft und gehe dann Step für Step, mache dann, wie gesagt, mal die Ohren rein, dann mache ich mal eine kleine Klappe, ein bisschen größer und da merke ich oft schon, ah, jetzt pickt er vor oder der Klappwinkel ist sehr steil oder er schnalzt auf und da weiß ich schon, größer sollten wir vielleicht nicht machen und da kann man dann halt so ein bisschen abwägen und ich probiere es dann aus, okay, er hat ein bisschen geschnalzt, schauen wir mal, vielleicht wird es besser, wenn es größer wird, mache ich den Klapper ein bisschen größer, da braucht es aber viel Gefühl und viel Erfahrung für und mein Vorteil ist, dass ich ja jetzt schon seit 2016 fix angestellt bin bei Airdesign, 2015, also ich arbeite schon seit 2014 eigentlich immer mit dem Stefan zusammen und immer direkt nebendran und ich kann halt da viel Erfahrung einfach mitnehmen vom Stefan, er hat mir am Anfang oder auch so ganz viel erklärt immer und dadurch, es bleibt logischerweise hängen, weiß ich dann oft auch schon, was ist, wie soll man sagen, Klapper machen kann jeder, aber das Ganze beurteilen, warum, wieso, was passiert, das können halt nur wenige und das ist eben der Hintergrund, wenn ich eine Klapper mache, mittlerweile verstehe ich oft auch, was ist und wie gesagt, wenn ich alleine fliegen gehe, sage ich dem Stefan dann oft, das und das hat der Schirm gemacht, ich vermute, wir könnten das ändern, dann gibt es eine kurze Kommunikation, sollen wir ja, nein, probiere mal oder probiere was anderes und dann, ja, so läuft es eigentlich immer ab, das ist schwierig zu erklären, weil einfach beim Gleitschirm ist ganz viel, weil wir achten ja nicht nur drauf, auf was die Norm macht, sondern wir testen ja über die Norm hinaus, weil, wie soll man sagen, die Norm sollte ja nicht dein Level sein, du willst ja dein eigenes Ding haben, so wie es sein soll, deinen eigenen Anspruch. Das ist sowieso die Frage jetzt auch aus, sagen wir mal, Kunden- oder Normalpilotensicht, diese Kategorien, die sagen schon irgendwie was aus, für wen ist der so ungefähr geeignet, so mal ganz grob. Aber eigentlich will ich ja im Normalflugbetrieb keine Klapper ziehen, sondern ich will ja Thermik fliegen, ich will auch keine Fullstores machen, sondern ich will Thermik fliegen oder ich will Zorn oder ich will schöne gemütliche Flüge machen und da spielen ja auch andere Sachen noch eine ganz wesentliche Rolle als irgendwie die Abarbeitung von irgendwelchen EN- oder LTF-Prüfvorgaben, oder? Ja, man muss jetzt da einmal grundsätzlich verstehen, dass die EN-Norm eben ein normiertes Testverfahren ist, wie es auch sagt. Norm. Norm heißt also Standard, das heißt, es muss immer gleich gemacht werden und das hat ja den Zweck, dass es vergleichbar ist, gell? Also der Klapper muss immer genau in diesem kleinen Messfeld drin sein, jetzt auch wenn der Schirm vielleicht praktisch vielleicht flacher, steiler, kleiner oder grösser klappt oder man muss mehr oder weniger ziehen, dass man da reinkommt, aber es muss ja immer das Gleiche produziert werden, damit es vergleichbar ist. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen der Druckschluss, wo man eben in der Praxis dann meint, der Schirm verhaltet sich so. Okay, die Norm zielt natürlich schon ab, dass es einen Praxisbezug hat, um den Schirm in eine gewisse Kategorie einzustufen, muss aber nicht zwangsweise auf ein praktisches Flugverhalten ableiten. Und das ist jetzt eben vielleicht der Irrglaube, wo er sich so extrem versteift drauf, dass er sagt, okay, ich brauche ein A oder der hat zu viele B drin, kann ich nicht fliegen oder ist mir zu giftig oder was weiß ich. Das ist natürlich dann eine Detailgeschichte und im Endeffekt die Verantwortung des Herstellers, den Schirm praktisch flugtauglich, sicher und eben in der gewissen Piloten- oder Kategorie eben zu designen und eben zu machen. Also ich konnte jetzt natürlich, was ja so extrem Beispiel wäre, zum Beispiel einen A-Schirm zu bauen, der einfach extrem nervös oder agil und dynamisch ist, wäre komplett fehl am Platze, weil du den Piloten damit überfordern würdest. Wäre aber möglich. Also es ist schon meine Verantwortung, also ein Schirm genau der Kategorie, jetzt sagen wir mal so, es muss eine Verbindung sein von der Schirmkategorie zu der Pilotenkategorie. Das fehlt ja ein bisschen, dass man sagt, okay, ich bin jetzt ein Pilot A, B, Low B, High B und kann natürlich dementsprechend den richtigen Schirm für mich fliegen. Die Verbindung ist leider nicht da, aber trotzdem, ich als Hersteller muss darauf eingehen, dass ich so, okay, die Flugag-Eigenschaften von einem Low B-Schirm müsste natürlich an den Piloten angepasst werden und nicht der Norm. Die Norm muss das dann eigentlich bestätigen, aber meine Aufgabe ist, den Schirm auch so zu bauen, dass er dann so entsprechend auch funktioniert und praktisch und auch die Anforderung genau in der Kategorie an den Piloten stellen. Da sehe ich im Moment ein bisschen eine Tendenz auf dem Markt, die dem nicht ganz gerecht wird. Also eure Schirme sind auch Schirme anderer Hersteller, da im Moment noch rühmliche Ausnahmen, aber es gibt so ein bisschen eine Tendenz, was ich beobachte und auch schon selber Probe geflogen bin, dass jetzt gerade Flügel höherer Kategorien vorgaukeln, sie würden nicht mehr die Ansprüche an die Piloten stellen, die eigentlich darunter gehören. Also so Flügel, die eigentlich vorgeben, sie seien super stabil und sie könnten überhaupt nicht klappen und es wäre alles mega sicher und die verleiten dann auch in Bedingungen zu fliegen, wo man eigentlich nicht mehr hingehört und dann kommen sie plötzlich voll um die Ohren geflogen. Ja, das ist schwer zu sagen, jetzt wie du sagst auch mit den Hochleistern im Artbereich, man versucht, ich glaube der Markt ist halt alles ein bisschen gesättigt von den Schirmen, jeder Schirm ist mehr oder weniger das Gleiche, kann man sagen eigentlich und jetzt versucht es halt wie der Hersteller vermutlich einmal eine neue Kategorie oder einen neuen Markt zu erfinden und einen neuen Ansatz, der wieder eine neue Motivation für irgendwas bringt. Das ist die Frage, ob es das überhaupt braucht. Ich sage, ich bin da ein bisschen ein konservativer Mensch, wo ich sage, ja für was denn, ist da jetzt so viel Unterschied oder was bringt mir das jetzt überhaupt? Wir haben so und so viele Kategorien und es funktioniert ja eigentlich alles, wieso muss ich das jetzt alles wieder Verwirrung stiften und eigentlich verunsichern. Ja, vielleicht bin ich ein bisschen zu konservativ, aber ich glaube, wir bedienen ja trotzdem auch alle Sparten, alle Piloten und jeder kann sich genau das Schirmchen suchen, das ihm passt und was er mag. Stefan, nochmal eine persönliche Frage an dich. Wenn du konstruierst, was ist denn das, was du am liebsten machst? Oder wo du sagst, ja, beim Konstruieren? Welcher Part davon macht am meisten Spaß oder wo hast du die meisten Erlebnisse, wo du sagst, das mag ich dann ganz gern? Oder ist es wirklich das Zusammenspiel von allem, das Überlegen, was ich will, das Konstruieren am Schreibtisch, das Ausprobieren? Ja, es ist schon so ein Prozess, im Endeffekt ist das Konstruieren eigentlich das Auslernen vom Kopf, weil wenn du flinkst und du siehst, hast du eine neue Idee oder irgendwas oder was du umsetzen willst, ja dann, oder irgendwas funktioniert nicht und du siehst das, das könnte ich anders machen und das und das, aber wieso habe ich denn das da? Sag mal, das könnte ich anders viel anders machen. Ja, also du musst dann quasi wieder zurück zum Computer und sagen, ich muss das aus dem Kopf rauskriegen, ich muss das machen, ausprobieren. Also das Konstruieren selber ist dann schon eigentlich auch die Motivation, wo du dann in dem Design sessst, das ist jetzt nicht so, dass du dich hinhockst und dann machst du eine Sache, sondern das ist ein Prozess. Also wenn ich einen neuen Schirm aufbaue, ich hände da noch nicht dann ein paar Zahlen und dann kommt was anderes raus, sondern es ist ja immer alles abhängig und hat einen Einfluss auf was anderes. Das ist ja nicht so, ich kann eine Eigenschaft quasi das Radl dran und dann erwarten, dass alles an dergleichen bleibt. Das heißt, ich schraube da dann an viele Sachen, die hängen dann zusammen. Das ist wie so eine komplett, ziemlich komplexe Sache, wo man immer im Hintergrund bedenken muss, was ändere ich jetzt da überall am Design. Ich kann dann schon jetzt aggressiver machen, weil man vielleicht zu träge ist, aber was ändere ich damit alles? Also es muss ja trotzdem alles, es muss ja alles funktionieren. Dann kann ich immer nur eine Sache ändern und so gesehen ist es so eine Schirmkonstruktion eigentlich von vorn bis hinten so ein durchdachtes Ding und ein Prozess. Ich schalte dann meistens Telefon, Skype und alles ab, weil jedes Mal, wenn da eine Unterbrechung ist, muss ich eigentlich wieder von vorn anfangen, weil mir der Gedankenfluss verloren geht. Das verstehe ich gut. Also das ist irgendwie, man muss das dann, ich versuche das immer als Ganzes zu sehen, das Ganze und dann wirklich durch, also im Endeffekt habe ich ja einen internen Computer, der das quasi vormoduliert und ich weiß dann genau, wo ich umzusetzen habe, wo ich ändern habe, was weiß ich. Und am Computer quasi lasse ich das dann nur mehr raus und dann setze ich es um. Und ich sage, die ganzen Designprogramme und Berechnungsprogramme, die sind ja eigentlich, die machen ja nicht wirklich den Gleitschirm. Den Gleitschirm macht dann quasi, wo sie dann von der Erfahrung her, in der Praxis, dann wieder ins Design umlegen kann und wieder umgedreht. Wie ich zuerst schon gesagt habe, im Idealfall sind dann beide Sachen die gleichen und dann trifft sich Praxis mit Konstruktion. Das ist das Optimum und das versuchen wir immer zu erreichen. Und die Abgleicherei eben, deswegen sage ich auch die ganze CFD und Berechnung und so weiter ist gut und recht, aber es ist eigentlich eine Hilfe. Man darf das nicht sagen, okay, zum Beispiel, jetzt habe ich CFD und die Berechnung und jetzt wird alles so viel besser und es funktioniert jetzt alles super, weil ich alles berechnen kann. Tja, es braucht schon noch das gewisse Händchen braucht es dazu. weil sonst würde jeder Schirm anders sein und ich will ja eine gewisse Handschrift am Schirm drin haben und der soll ja so fliegen, wie ich das will oder wie ich eben sehe, dass der Schirm in einer gewissen Kategorie fliegen soll. Also das hängt natürlich dann davon ab, wie sehr kann ich mich auf die Pilotengruppe reinversetzen, an einen Anfängerschirm oder in die Leistungsdings mit der Kategorie rein. Ich muss mich wirklich in die Kategorie eine versetzen. was für Ansprüche oder Anfänger oder Pilot, was macht der falsch? Also ich teilweise stelle mir einen Übungshang hin, schaue die Leute zu und auf die Seite genau, wo die Probleme liegen und dementsprechend versuche ich das natürlich am nächsten Schirm besser zu machen, dass die Leute es auch einfacher tun. Ja, und so muss man alle Kategorien, muss man so ein bisschen so den Anspruch reinversetzen und das ist natürlich dann Erfahrung, wo meine Erfahrung dann quasi ins Design wieder reingeht, damit zum Schluss dann wieder das rauskommt. Welchen Schirm wirst du jetzt einpacken, wenn du die Tage wieder fliegen gehen darfst? Ja, vermutlich noch einen Hike und Fly, also entweder Susi oder Ufo, je nachdem, ob es ein bisschen schneller oder mittlerer geht. Okay. Gut. Ja, ein Stichwort würde mich noch interessieren, wir haben es am Anfang schon mal davon gehabt und du hast es gerade auch nochmal angesprochen, dass der Schirm so geht, wie du ihn dir vorstellst. Was sind da für dich die ganz konkreten Kriterien oder was ist für Air Design die Philosophieidee, die dahinter steht? Ihr habt ja schon eine bestimmte Handschrift und andere Hersteller haben auch ihre bestimmte Handschrift. Was ist eure Handschrift oder deine Handschrift, wo du sagst, okay, darauf kommt es uns jetzt eigentlich am meisten an oder kann man das so gar nicht sagen vielleicht? Ich glaube, man kann das jetzt gar nicht so auf dem Papier niederschreiben. Ich glaube, das ist mehr so eine Gefühlssache, wenn ich sage, wie du selber vielleicht an den Schirm fliegst und dann fliegst du, ziehst auf der Bremse und du denkst dir dann, oh, der geht nicht ums Eck oder der ist mir jetzt zu träge oder so. Es geht da um die Gefühlssache. Jeder hat natürlich einen anderen Anspruch und vielleicht mein Anspruch ist dann einfach, okay, man könnte jetzt sagen, der Schirm soll das machen, was ich will, also was ich ihm sage, nicht umgedreht und alles andere sind dann wirklich die Nianzen, und man muss sich auch, also wenn es um Basics geht, würde ich schon sagen, okay, das Handling ist natürlich ganz wichtig, Startverhalten und dann, wie der Schirm eben Feedback gibt, der muss natürlich auch Feedback geben, aber soll nicht überfordern, man soll sich wohl darunter fühlen, damit du eben immer die Kontrolle hast und eben immer in deinem eigenen grünen Bereich unterwegs bist, also ich unterscheide auch immer Respekt, Angst und grünen Bereich, das ist natürlich der grüne Bereich ist für mich zum Beispiel, okay, es gibt vielleicht Bock dazu, aber ich habe die Kontrolle, also ich habe vielleicht Respekt vor den Bedingungen und alles, aber ich habe immer nur die Kontrolle und dann schön, wenn ich dann diese Kontrolle verliere, was natürlich sehr individuell ist, je nach Piloten können, dann wandelt sich dieser Respekt in eine gewisse Angst und dann verliere ich auch die Kontrolle, das ist so ein ganzer, eine scharfe, wie soll man sagen, eine kleine Grenze, wo bei jedem Piloten natürlich ein bisschen anders ist, und dementsprechend versucht man dann schon den Schirm so umgänglich wie möglich zu machen, damit sich für den Piloten diese Grenze eben nicht überschritten wird. Habe ich schön gesagt, oder? Ja, super. Man kann es fühlen, also ich kann es fühlen und auch in dem Schirm ob das passt und es passt auch. Ja, sagen wir mal, vielen Dank, das war super, dass du dabei warst, auch dir, Maik, vielen Dank. Danke auch. Könnte ich auch gerne nochmal sehen. Ja, da kann man nur sagen, ausprobieren, oder? Einfach mal selber fliegen. Ja, ich hoffe, dass ja in Deutschland bald wieder fliegen dürft. Also in Österreich wird theoretisch, praktisch ist es nicht verboten, es wird nur empfohlen zur Zeit, dass wir nicht fliegen. Also, ja, aber ich denke, die nächsten Wochen. Nächste Woche sollte das wieder funktionieren und dann werde ich auch Ich bin auch zuversichtlich, dass die nächsten Wochen sich das alles wieder mehr entspannt, dass wir wieder zum gewohnten Leben zurückkommen, ja. Gut, okay, dann vielen Dank auch von mir und bis bald am Berg, hoffentlich, und fliegen und so weiter. Danke bald. Danke vielmals. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.